Ja genau, wir machen so einen engen Schatten, das ist besser. Jawohl, ABK ist auch hier. Wir machen das mal ganz kurz. Madagaskar ist auch noch hier, jawohl. So, Platz 8 heute. Ganz taffer, schönes Spiel, aber nur die ersten zwei, weil dann waren die fertig, habe ich gemerkt. Aber trotzdem Platz 8 für Madagaskar 2. Glückwunsch. Platz 7. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die viel weiter vorne erwartet, aber vielleicht beim nächsten Mal. Sturm Holzwurm, Platz 7. Auch eine starke Gruppe erwischt, muss man dazu sagen. Platz 6, die habe ich wieder nicht so weit vorne erwartet. Berlin-Fehigen. Platz 5, die sind leider schon weg, aber lässt uns alle schön grünschen. Shaolin, Kickers, Nummer 5. Prostim, Ehre. Platz 4. Patio, Allstars. Platz 4, ganz knapp gegen Madagaskar, eben Platz 4, Platz 3 verloren. Glückwunsch. Glückwunsch. Und jetzt kommen wir, bevor wir zu Platz 2 kommen, kommen wir erstmal zum Wahl des Spieler des Turniers. Jeder Kapitän hat eine Stimme abgegeben und es war wirklich knapp, weil es haben diverse Mannschaften aus Madagaskar, der Torwart, fast jedes Jahr einmal gewählt, auch eine Stimme abgekommen, Hong Kong Stars Stimme abgekommen, auch, ja noch, ich glaube, das waren so die Madagaskar auch nochmal, die andere Mannschaften, nochmal ein Spieler. Und letztendlich ganz knapp mit zwei Stimmen Vorsprung, das ist die Nummer 10, und zwar Huang von Hong Kong Stars. Applaus Platz 2, super Spiel, super Turnier, wirklich schön zu sehen für die HBK, die ja quasi jedes Jahr langjährig dabei sind, Glückwunsch und nächstes Jahr wird's was mit euch. Applaus Applaus Und wenn auch sehr knapp, verdient, entschuldige, verdienter Sieger, aber es ist bewusst wirklich knapp, glaube ich, in vielen Spielen auch gerade gegen uns, der 9 Meter, aber am Ende sehr, sehr verdient an die Düsseldorfer Hong Kong Stars. Glückwunsch. Und warte mal, es gibt noch was. Gibt's ja nochmal diesen 100-Euro-Schein? Gibt's so einen Kleider? Das ist die Griechenland-Variante, haben wir gesagt. Die ist der Aufschlag, ne? Und zwar, das kriegt ihr nur jetzt symbolisch, das wird überwiesen. Ja, kommt nochmal raus, wenn ich geht. Nimm's da, nimm's da. Schönes Tunnel, Jungs, du bist beim Beinkam für ein schönes Tunnel.